jetzt muss ich gucken, dass ich's nutze Killing for Law 2 mit Itempeak-Account, warum ist das jetzt hier auf meinen Browser geöffnet? Anzeigename, ach, bleibt mir doch zulassen, so, erst wenn ich mir irgendwelche AGBs durchlese doch nicht bescheuert dobi-di-dop-do dobi-di-dop-do das muss im Nacken wehtun, Länge, Mittel, Siebenwellen, alles klar ich verhalte mein Schlag oder was geh, inahe, nimm einfach irgendwas ich muss ein Crate einfach machen und dann Playzone offline ja, schmeiß mich bloß raus, danke Nommi Difficulty normal, erst mal, oder Hell on Earth Hell on Earth, auf jeden ich hab mein Kaffee hier ich nehm's auch, keine Ahnung YOLO YOLO MOLO YOLO MOLO ähm, ich muss Control-Wall sein du hast es unversehrt rausgeschafft Trabien oh ja, alter Schill das sieht mir aus wie ein Tutorial sind wir jetzt gleich am Arsch, Nommi? äh, ich hab keine Ahnung, bestimmt ah ja doch, 20 Sekunden seht euch das an, wir leben alle noch ihr könnt mir später danken oh, ich hab ne Pistel geil ich hab keine Ahnung, was wir hier machen ich mach weniger die Pause ist vorbei zurück an die Arbeit Alter, lass mir meine Steuerhöhung nennen nicht mehr was? slow motion wachen wir aufs was? Oh, die kommt schon draus, Mami. Ich höre hier. Oh. Achso, der schlägt noch zu. Schmeckt hier auch. So, Mami. Ist das für die Spamotion-Kacke? Boah, ist durch den Schredel. Der Joker ist hier. Ist ein Spuker. Der kommt mir ja was zurück, der würde es auch. Alter, so sieht die krass aus. Der wird hier noch ganz breit. Oh, wei. Heilige Scheiße. Der geht mir auch nicht. Was machen die denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mädel. Oh, fuck. Ich bin so ein Leben. Das war der letzte. Geht zur angezeigten Katzen für mehr Ausrüstung. Ah, hier seid ihr auch alle. wenn du es nicht hast zu leben solltest du klar finden hier was soll katana war ja ich bin noch ein blätter wird keine ahnung das ist unser kampf läuft gut genießt die hat er mich gehalten geile so die ich habe Jetzt beendet den Auftrag. Alte Scheiße. Mach das Windrad. Stirb, stirb, stirb. Hey. Klapp aufgestimmt. Oh, feuer, 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 feuer. Der ist mit der Strom, der andere Kasten. Meine Brüder. Komm zu euch. Die eine ist mir nicht fest. Was soll denn das? Komm her. Hau. Holy shit. Ich muss mal heilen hier. Yeah. Das ist gut. Oh. Wuuu. Nice. Spider-Bam. Komm her. Ach, Mendo. Das ist mir geklaut, Mommy. Ja. Rüsten wir euch aus. Der geht es sehr großartig. Kann ich das noch jemand anderes heilen? Kauf etwas Panzerung. Ich brauch dich lebendig. Und in einem Stück... Wuuu. Kauf etwas Panzerung am Arsch. Wer braucht Panzerung? Obwohl... Wo ist ein Panzerung? Ich schließe die Kapsel gleich Achso, da, ah, geil, hab's noch geschafft Die Zeit ist um, geht und tötet mehr Zets Nein Oh, ich sehe einige da Oh, da kommen richtig große Typen, die sind überall Ich glaube, die kommen jetzt durch Die kommen alle von oben Ein guter Start, aber es sind noch viele Sätze Ich glaube, die kommen alle von unten Die kommen noch durch die Tür und neu Slow motion Komm her hoch Die kommen ja gar nicht hoch Nee Warte ich nicht Raus Der eine ist raus Das ist ein bisschen rausgekommen Keine Ahnung Ja Kann sein Alter Schwede Der auf die Tür Boah Ja 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 Mein Schlag hier ruf! Komm hier mit! Gib dem Digga! Fuck fuck fuck! Miiiiii! Ich bin ganz voll geschleift, der hat die Granate geworfen hier. Ich hab ne Granate auch nicht gebraucht. Komm her, mach ich mit dir. Ich will nicht mal sagen. Hab den Arsch. Oh, ich brenne. Alter Schwede. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Ich freut mich, dass ihr das geschafft habt. Du brauchst einen Arzt. Ich hasse es, wenn es ruft. Rufen Schatzstein! Ich liebe Scherzer, aber halten dir die Augen offen, okay? Arm er eine Schwede. Ach, Mist. Zack. Ich schlage dich nieder. Komm her, du stehst mich nieder. Ich schlag dich nieder. Wo sind die denn alle? Die sind oben. Okay. Wir müssen aufzüchtern gehen. Oh, der ist das Spider-Man. Hinter dir glaube ich. Alter, was macht der mit dem? Alles. Alles. Boah. Wir fliegen wie Körperteile rum. Leck drauf. Jetzt müssen wir erstmal hier das Streamer-Zimmer finden. Wo die Leute streamen. Kein schlechter Anfang. Ach so. Das war aber nur zu aufbauen. Boah, ey. Was... Hahaha. Das kann man da geben. Ich steck. Flack. Flatsch. Koffer. Der sch... Puckt hier rum, die blöde Sau. Oh, ja. Wat? Oh, jetzt bin ich wieder vollgekotzt. Oh, der Koffel. Groß, 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 groß. Groß, 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 groß. Hä? Wer ist weg? Ich hab' einen nachschab'n. Meine will einen Arsch haven't! Oh, halt. Oh, halt! Gerade eingefroren, Alter! Das ist ja geil! Ja, ich hab' nur mit der Eingunktze und ein Postanat zu hoch, das so. Der Granat, der ist schon klar. Ich hab zwei Granaten. Kann sein. Oh, Alter. Ich muss mir auf den Heilen hier. Alter Schwinn. Nein, ich hab mich doch gerade gereilt, man. Brauchen wir doch nicht gleich die Fresse fahren. Diggleich. Na. Ich muss mal Heilen hier. Oh, hier hängt ein Fuß. Mami, siehst du das auch? Da hängt ein ganzer Körper an. Dann bin ich über Fuß draußen. Kommt ihr nach dir? Dann bin ich gleich an Körper aufwand. Dann bin ich gleich an Körper aufwand. Dann bin ich mir halt dich an. Puh. Ich muss ein bisschen kühl haben. Wo ich glaube, hier unten ist ein paar D. Nice. Du bist unversehrt. Das ist großartig. Weiter so. Ach so, okay. Ich bin mal das Getreue hier. Immer das Getreue hier. Immer dieses Getreue hier. Hast du gerne in Stücke gerissen? Kauf Panzer rum. Ja. Ja. Na. Ich konnte doch nicht hier kommen. Ach so, wir müssen hier. Krass. Wie mache ich das jetzt? Rennen, ne? Ah. Oh, Alter. Sehen die aus. Komm her. Oh, kann ich jetzt? Was? Blödsinn. Vielleicht wollen sie sich ein paar Kunde herpuscheln. Slow. Ähm. Alter, ich fange an zu bleiben. Ich habe nur gerade alles hergekommen. Komm ruhig. So, nur bis ins Zivir nutzen. Uh. Da drüben ist Paya. Smash. Voll, ich darf rauskommen. Moment. Voll, voll. Ja. Es ist alles grün auf meinem Screen. Ja. Ich auch. Das wechselt sich zwischen Grün, Blau und Weiß. Und Sehen tue ich nichts. Nice. Ah. Stürmt. Ein, 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 ein. Ah. Halt. Die Klampe hier. Weg. Auf den Pusten. Schmetze. 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 Gute Arbeit. Gebiet relativ sicher. Gute Arbeit. Gebiet relativ sicher. Gulaschi. Gulaschi. Uh. Dein Überlebensinstinkt da draußen beeindruckt mich. Gulaschi. Schmetze. Was ist denn los? Viele haben versucht meine Arbeit zu stürmen. Ganz Folter. Glaubt ihr ihr seid irgendwie besser? Ganz. Kommt heraus. Kommt heraus. Kleine Kleine. Zum Glück ist es nicht Hans Zimmermann. Gegen den Network mit der Chance. Habe ich euch Angst eingejagt? Nicht verstecken. Sag mal, wo quatscht der? Da hinten. Wurde ich ausgesperrt? Wurde ich ausgesperrt oder? Wurde ich ausgesperrt oder? Ich bin eingesperrt. Du bist wieder da. Die Niederlage ist unvermeidbar. Wurde ich zum Schluss. Oh. Ich kann die Türsachen. Ach. 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 Un managers. Oh. Ach. Es so gestoppt ist gleich eigentlich. Na. Ninii! Da kommen wir nicht dieses Ziel ein. Ninii. 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 要ijnaischa. Ninii. 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 100 Milliarden 100 Milliarden Ich werde euch nicht helfen Sit hier Es gibt nichts besseres Autsch 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 Ich sehe gerade Da haben wir sogar Demisor was ist denn er geht ja Das ist ja krass Das könnt ihr nicht Wo ist der weg? Da drinnen Nein, ich werde dich später Hey Da geht irgendwas drinnen ist da drinnen Musst du was auch nehmen, Mami? Nein, das war mein Schuss Ah Killsteal Sieg den Tropotipulet Genau das meine ich Zieht aus wie in den Hammer Ich hab keine Ahnung Meister der Medizin Vollstreckt Team Auszeichnung Achso, das Team, nicht ich Ok, schade Ja, du hast alles Ja Finde ich gut Lade ich mir schon Ja, ich vernehmen Dach 3 Oh, ich müsste mit Schiffen Wir sind ja gerade fertig, ne? Ich geh mal Schiffen Ok Lade ich ja Ich bin mit Schiffen Ich bin mit Schiffen